Moin moin Leute, hier ist der Cookies und ich präsentiere euch heute den German Top Codshot vom 6. Januar. Der Clip wurde eingesettelt von X-Lag, der einen großartigen Job auf der Map Resistance macht mit seiner goldenen MSR und sich hier gleich ein Triple Headshot von der oberen Kante abholt und der Clip ist einfach unglaublich und direkt danach holt er sich auch noch den Kill zum Quadfeed, einfach unglaublich. Hier nochmal ein Slowmotion, Bam, Triple Headshot, leider den Schuss verfehlt, aber ich glaube das macht jetzt auch nichts und dann nochmal schön für den Quadfeed einfach unglaublich ein Clip. Falls ihr auch so welche Clips habt, sendet sie doch bitte an germantopcotshot.yahoo.de und ich bin Rossel, haut rein!